Damit wir noch mehr Stau haben, noch mehr Rettungsklasse und die Autobahn geschont werden, das ist mir ganz wichtig. Ich habe jetzt einfach in der folgenden Geschichte meine Sponsoren-Armen eingebaut. Meine zwei Hyundai-Euro, die ich im Lotus versoffen habe, habe ich versoffen. Wenn mich jemand nach Hause fährt, das war super. Oder du meinst mir deine Schafe, dann bin ich mal da. Na, mein Landburg ich nie. Und was ist mit deinen Kühen? Na, hörst, was bietlst du da denn ein? Was sind meine Kühe im Frieden? Ich meine, ich Audi wie ein Tanzbär, ja? Kannst du Fuß gehen, doch, rein runter. Über G'stänten, aber bricht keine Büsche an. Entschuldige, was habe ich das gemacht? Nein, sie sollen das schauen, da spielt der Berg-Vierer-Golf. Und die kann mich über die Häuser hauen, nach Konstantinopel. Wo Opels hin? Nach Konstantinopel. Wohin? Konstantinopel. Opel muss ich öfters sagen, die haben mehr zahlt. Ja, Konstantinopel. Ja, wann war's denn gut, was hast du gemacht? Ja, im März eh des. Was ich dir gesagt hab. Das, was du zuerst gesagt hast. Ha, 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 ha! Du Eifertier! Was bist denn du für ein Romeo? Kruzifik! Oh, hey, die steht ja in keinem Buch, bitte. Aber eins ist klar, dass ich mich nicht zu den Kett... Ich meine, kannst du jetzt überhaupt noch schlafen? Naja, super ruhig nicht. Ich muss ja nicht mehr draußen liegen. Ich lege mich immer am Sportplatz, am Anstoßpunkt. Weil sonst ist der Kreisler. Weil bei mir daheim ist kalt. Ja, wenn ich die Hatzung einmal seh hab. Die hast du nicht in der Tscheche eingekauft, oder? Die sagen ja, die ist da, die BMW. Wenn du denen den kleinen Finger gibst, dann holen sie deine Hunde ab. Ah ja, wir seid Sampe. Kennt ihr noch wie ein Sampe? Wir seid Sampe. Wir seid Sampe. Nein, also könnte ich mich nicht beschweren. Nicht nur er war färger, aber ich. Man, hat's dich doch nicht gerissen? Na, so zuge ich nicht. Ist ja nur toll, oder? Eigentlich wollt ihr nur, damit sie abgelenkt ist. Wollt ihr was kaufen zum Stricken? Wo ist die Woll? Wo? Macht's da! Mit so bisschen Wollgenau. Kannst du auch nichts anfangen? Ja, Rolls! Rolls! Das hat nichts geholfen. Er hat zu mir gesagt, Porsche, hat er gesagt. Porsche, zwei Vierer, die allen Schichten. Echt wie der Skoda. Echt wie der Skoda. Da hat er mich gehabt, wenn's so ein Ballot haben wir gedacht. Ich mein, wir nissern sie auch nicht. Ein so blöder Deutsch. Ein primitiver Hund, ein richtiger Polo. Der sollt sich über die Häuser hauen und übers Land robern. Ja, genau. Weil vielleicht kommt dann ein englischer Jaguar und sagt sich am Vitaxia. Ja, genau. Weil da kann er sich wegladen. Ich mein, was macht er denn, was passiert? Ein Rotz? Die Masurati seicht, Mini, wie der Käfer. Mit dem tust du nicht einmal seine VW. Ja, du hast recht. Dann kannst du nicht einmal kliomen. Also, du hast recht. Ich geh jetzt wirklich. Du gehst damit zu Mitalena auf eine Capricciosa. I Pizza! Nein! Okay, dann noch ein schönes Mat. Ja, oder? Fiati! As!